Herzlich Willkommen! Hier ist User Paul mit dem Thema Debian. Aus welchem Paket stammt eine bestimmte Datei? Mit dem Befehl dbkg-s oder "-search", Leerzeichen, Dateinamensmuster, so zum Beispiel ge, gedit, Sternchen, werden die installierten Dateien aus var, lib, dbkg-info durchsucht und alle Paketnamen zurückgegeben, die entsprechende Dateien enthalten. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück!